Ich werde immer wieder von euch gefragt, was kostet es eigentlich, einen Akku bei einem Elektroauto auszutauschen? Also zu klären wäre ja mal, was kostet eigentlich ein neuer Akku, also wenn er wirklich mal defekt ist und neu gekauft werden muss. Wie viel Garantie hat man eigentlich auf so einen Akku? Bei manchen Herstellern kann man den Akku entweder kaufen oder mieten. Was ist da also die bessere Wahl und auf was muss man beim Gebrauchtwagenkauf, also Gebraucht-Elektroauto-Kauf? Denn genau achten, ja, all diese Fragen haben wir uns auch gestellt, den sind wir nachgegangen und haben für euch in diesem Video mal alle Informationen rund um diese Preise und diese interessanten Infos zusammengetragen. Aufhänger ist ein Leserbrief in der ADAC Motorwelt, der gerade durch die Medien geht. Ich lese euch den mal vor. Und zwar schreibt da der Leser. Bei meinem Smart 451 ist nun nach fünf Jahren der Akku defekt. Die Kosten für den Austausch liegen bei 17.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Kleine ist nun ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, das ist natürlich eine krasse Meldung und auch ein guter Grund, sich mal das alles genauer anzuschauen. Und da habe ich eben viel recherchiert und mein Team und wir haben versucht herauszufinden, zu finden, wie oft geht denn so ein Akku wirklich kaputt. Aber da es eben noch eine relativ geringe Verbreitung von Elektroautos gibt, gibt es leider auch keine Zahlen, wie oft sowas wirklich passiert. Das wird also erst in den nächsten Jahren dann wirklich auftauchen. Aber dass Lithium-Ionen-Akkus auch sehr, sehr lange halten können, das belegen zahlreiche Tesla-Modelle mit höheren sechsstelligen Laufleistungen auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Da erinnere ich gerne an ein Video von Owe vom Kanal T&T Tesla, der ein gebrauchtenes Tesla Model S gekauft hat mit über 300.000 Kilometern Laufleistungen und der Akku war immer noch top. Klar, verliert man ein bisschen Kapazität, ich glaube so 15 bis 20 Prozent, aber hey, der Rest, also locker 80, 85 Prozent kann man eben noch nutzen in einem Auto, das über 300.000 Kilometer gefahren ist. Also, sag mal so, ich habe ein bisschen meine Kontakte spielen lassen und habe Insider-Informationen bekommen über Tesla. Also, Tesla sagt nichts, sondern Menschen drumherum, die ich befragt habe, sagen, eigentlich wird so ein Akku nur ausgetauscht, wenn er kaputt geht durch einen Unfall. Dann muss sowas gemacht werden oder es gibt wirklich ein internes technisches Problem im Akku. Bisher wurde mir gesagt, dass keiner dafür bisher bezahlen musste, bei Tesla zumindest, sondern es wurden alle Probleme auf Kulanz behoben, was ja auch wieder darauf hindeutet, dass es eigentlich nicht so oft passieren kann. Sonst würde sich das natürlich auch für die nicht rechnen, beziehungsweise ganz schön teuer werden. Und ich habe auch herausgefunden, dass bei Tesla ein Akku ca. 17.000 Euro im Schnitt kostet ohne Montage. Also, wir sind so um die 20.000 Euro mit Montage wahrscheinlich, das variiert aber so ein bisschen. Ja, es kann also plus minus gehen und die Preise sind stark schwankend, weil sie eben die Marktpreise so krass verändern. Ja, wie setzt sich denn so ein Preis zusammen? Weil ich meine, 17.000 Euro ist ja eigentlich der gleiche Preis wie beim Smart, nur hat der Smart natürlich einen viel, viel kleineren Akku und der Tesla einen viel, viel größeren. Die sind aber ungefähr preislich gleich. Ist doch krass, ja. Was da los ist, jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen an. Also, die Kosten von Lithium-Ionen-Zellen, ja. Die Preise sinken von Jahr zu Jahr wirklich drastisch. Und drastisch. Aktuell sind wir bei plus minus 225 Euro pro Kilowattstunde. Und wie gesagt, ich möchte es nochmal extra dazu sagen. Alles, was wir hier sagen, es ist wirklich, wir haben lange geregelt, es ist ganz schwer, da valide Zahlen auszubekommen. Das sind alles nur ganz grobe Werte. Und je nachdem, wann ihr das Video schaut, kann es sich dann auch schon wieder deutlich verändert werden. Das muss ich unbedingt dazu sagen. Nicht, dass ihr uns jetzt auf die Preise hier festnaget, es ist unglaublich schwer. Aber wenn ihr mal vergleicht, allein im Jahr 2007 waren den Preis bei ungefähr 1000 Euro pro Kilowattstunde. 2013 bei 400 Euro pro Kilowattstunde. Und jetzt sind wir bei 225 circa. Da seht ihr mal, wie drastisch sich da die Preise verändern. Ja, und Tesla hat ja natürlich, spielt in der ganz eigenen Liga. Denn sie produzieren ihre Zellen und ihre kompletten Akkupacks selbst. Und deswegen kann man da auch nicht so gut in die Karten schauen. Natürlich kann man grundsätzlich sagen, je größer ein Akku ist und je mehr Reichweite er dadurch bietet, desto teurer ist er natürlich auch im Austausch. Ist aber nur ein grober Wert. Was macht man denn nun bei einem Akkuschaden außerhalb der Garantie? Ja, und ich muss wirklich sagen, jetzt, ihr werdet euch auch wundern, ja, das ist wirklich sehr unterschiedlich und herstellerabhängig. Bei einer Renault Sui, ZE40. 40 steht dann eigentlich auch für die Batteriegröße, also 40 Kilowattstunden. Wir haben nachgefragt bei Renault. Man kann laut Renault von circa 10.000 Euro rechnen. Mit Montage. Ich habe das jetzt mal immer runtergebrochen auf praktisch den Preis pro Kilowattstunde. Das würde bei Renault also einen Preis von 250 Euro pro Kilowattstunde mit Montage bedeuten. Finde ich erstmal so einen fairen Preis, ja, wenn man sich, also eigentlich fast schon günstig, ja, mit Montage. Sie geben aber auch Garantie, und zwar acht Jahre auf den ersten Akku oder 160.000 Kilometer. Kommen wir aber gleich nochmal genauer dazu. Nissan tauscht für den 2014er Leaf die Akkus sogar für 5.000 Euro aus. Das ist ein 24 Kilowattstunden Akku. Man kriegt sogar noch 900 Euro Rabatt, wenn der Akku unbeschädigt zurückgekauft werden kann. Also für eine Nachbearbeitung des Recycling. Das würde also einen Preis von 208 Euro pro Kilowattstunde mit Montage bedeuten. Wie Sie das machen, weiß ich auch nicht. Das klingt schon wirklich sehr, sehr günstig. Es gibt noch einen alten Opel Ampera, also nicht der Ampera E, sondern der alte Opel Ampera hat eine 16 Kilowattstunden große Batterie. Da liegt der Preis bei circa 15.000 Euro für einen Akkuaustausch. Das wären 938 Euro pro Kilowattstunde mit Montage. Und jetzt kommen wir nochmal zum Smart, das haben wir gerade schon erwähnt. Also dann wahrscheinlich mit Mehrwertsteuer um die 20.000 Euro. Der ist aber nur 17 Kilowattstunden groß, der Akku. Und da würde er tatsächlich 1190 Euro pro Kilowattstunde kosten mit Montage. Da seht ihr, wie krass der Markt in Bewegung ist oder wie die Hersteller einfach, das kommt natürlich ganz darauf an, ob sie selber produzieren, ob sie das beziehen von irgendjemandem. Also Tesla hat ja eben eine eigene Akkuherstellung, habe ich schon erwähnt. Und deswegen können sie deutlich günstigere Preise machen. Experten gehen sogar davon aus, wenn man das umrechnet vom Dollarpreis, dass man ungefähr einen Preis von 90 bis 100 Euro pro Kilowattstunde jetzt schon in der Produktion zumindest erreicht. Aber Tesla orientiert sich natürlich am Marktpreis, muss natürlich auch die Gigafactory, die das Ganze produziert, noch mitfinanzieren. Da müssen natürlich noch ein bisschen was drauf gerechnet werden. 2013 hat ein Käufer von einem 60 Kilowattstunden Akku auf einen 85 Kilowattstunden Akku gewechselt und berichtet von ca. 40.000 Euro für den neuen Akku. Also 85 Kilowattstunden für 40.000 Euro inklusive Austausch. Ist aber unklar, wie viel er eben noch für den alten bekommen hat. Das muss man hinzusagen. Und das war eben ein ganz wichtiges Jahr 2013. 2013, ja, heute habe ich ja nachgefragt, sind wir ungefähr bei 17.000 Euro, ja, weil jetzt Tesla in der eigenen Gigafactory produziert. Die Preise haben sich, sind ordentlich nach unten gegangen. Natürlich auch die Kostensenkung durch Skaneffekte, das heißt durch Massenproduktion. Kleine Randinformation, so ein Austausch des Akkus bei Tesla dauert übrigens nur 10 Minuten, weil die eigentlich mal ursprünglich so ein Akku-Austauschprogramm mit geplant haben, wo man hinfährt, Akku ausgetauscht wird, ne, in 10 Minuten, so zack, zack. Also deswegen könnte man rein theoretisch so einen Akku auch schnell austauschen. Viele von euch stehen total drauf auf den Sion von Sono Motors. Da ist es ja relativ transparent. Sie sagen ja ganz genau, dass sozusagen das Auto 16.000 Euro kostet, der Akku 9.500. Wenn man ihn jetzt kaufen würde, und da ist es einfach auszurechnen, 35 Kilowattstunden groß ist der Akku. Das würde bedeuten 270 Euro pro Kilowattstunde, was ein völlig fairer Preis ist, wenn man das mal vergleicht, ja. Was ist denn jetzt, wenn der Akku an Leistung verliert? Das passiert in der Regel nur so langsam, dass es eigentlich locker für 10 Jahre ausreicht, ohne jetzt wirklich krasse Einbußen in der Reichweite zu haben und dann eigentlich auch ein Austausch gar nicht nötig ist. Mein Tipp, wenn euch das wirklich Angst macht, ist, achtet darauf, dass ihr ein Elektroauto kauft mit Batterie. Thermomanagement hat eigentlich fast jedes Elektroauto, aber zum Beispiel der Nissan Leaf hat das leider nicht. Ich finde das Auto ja wirklich interessant, erst mal so von der Fahrweise, vom Design, vom Preis und von der Leistung, die man bekommt. Aber das fehlende Thermomanagement ist wirklich ein Riesenproblem beim Nissan Leaf. Das sorgt nicht nur dafür, also was ist das Thermomanagement? Das sorgt dafür, ein Akku funktioniert immer am besten und hält am längsten, wenn er immer in einer gewissen Temperatur gehalten wird. Also darf nicht zu kalt und nicht zu heiß sein. Das heißt also, also grundsätzlich verträgt er eine warme Temperatur, aber eben nicht große Hitze. Und wenn man eben zum Beispiel viel schnell fährt oder eben auflädt, dann wird der gerne mal heiß. Und dann kann man eben nicht so schnell laden, dann geht beispielsweise die Ladegeschwindigkeit nach unten, weil der muss eigentlich gekühlt werden. Wenn keine Kühlfunktion praktisch in dem Akku eingebaut ist, ist es ein Problem. Genauso, wenn es sehr, sehr kalt ist, zum Beispiel im Winter, dann hilft es enorm, wenn der Akku eben aufgewärmt wird und eine Temperatur hält und nicht so weit in niedrige Temperaturen geht. Und dadurch eben, wie gesagt, hat man eine höhere Effizienz beim Fahren, hat eine stabile Ladegeschwindigkeit auch, wenn man eben zwischendurch mal nachladen muss, schnell laden muss. Und eben der Akku hält eben deutlich länger. Also das ist mein Tipp. Ein enormer Vorteil von großen Herstellungen ist natürlich, sie haben oft lange Garantien und viele Ersatzteile. Kleinere Hersteller können meistens nur schwierig lange Garantien geben. Und gerade bei alten Fahrzeugen, wenn man Richtung Gebrauchtmarkt guckt, sind eben die Ersatzteile auch schwieriger zu bekommen. Ja, die Garantie liegt in der Regel branchenweit bei 8 Euro, äh 8 Jahren, also 8 Jahre Garantie auf das Akkupaket, auf den Akku, der im Auto verbaut ist oder 160.000 Kilometer, die man fährt. Wenn eins von beiden eintritt, erlischt die Garantie. Und das würde ich erstmal sagen, ist doch wirklich eine großzügige Garantie, mit der man eigentlich nicht so viel Angst haben soll. Jetzt stellt sich auch die Frage, was macht dich eigentlich, wenn so einige Zellen kaputt gehen, dann könnte man doch diese einfach austauschen. Das ist theoretisch natürlich möglich, aber die Zellen werden verlötet, ist alles hochkomplex und sehr umständlich, das auszutauschen. Also das machen die dann jetzt nicht in der Werkstatt oder so, sondern solche Akkus, die wirklich, wo viele Zellen kaputt sind und das dann, sag ich mal, von der Kapazität runter geht, die gehen dann wirklich im Prinzip zurück zum Hersteller und dann wird die wieder aufbereitet. Also die Zelle oder das ganze Akkupack. Und die große Frage jetzt, soll ich jetzt so einen Akku mieten oder soll ich ihn kaufen? Also gerade zum Beispiel beim Renault stellt sich die Frage immer wieder, die bieten beides an. Und ja, da wäre dann ja eigentlich die Akkumiete empfohlen, wenn man praktisch diese Angst hat, dass so ein großer Austausch eventuell davon zukommen könnte. Weil kaufen wäre mit einem kleinen Risiko im Prinzip verbunden, obwohl ich das nicht so hoch sehe. Und mit einer Miete, wenn ihr den mietet, dann seid ihr natürlich immer versichert. Also dann garantieren die natürlich eine gewisse Leistung und wenn der dann wirklich aus irgendeinem Grund gar nicht mehr funktionieren sollte, tauschen die natürlich aus. Und die Kosten, ob mieten oder kaufen, sind auf zehn Jahre gesehen sehr ähnlich. Ein Riesenunterschied ist da eigentlich nicht. Und auf was muss man jetzt beim Gebrauchtwagenkauf, also Elektroauto Gebrauchtwagenkauf achten? Den Status des Akkus soll man unbedingt genau checken lassen. Also bei Wartungen und Checks eben in der Herstellerwerkstatt werden also die Antriebsakkus auf ihren Gesundheitszustand überprüft und dann werden Prüfprotokolle erstellt. Und deswegen oberste Regel, wenn ihr ein gebrauchtes Elektroauto kauft, ein Prüfprotokoll aushändigen lassen. Unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Dann kann da eigentlich auch nichts schief gehen. Auch Vorsicht bei auffällig geringer Laufleistung. Könnte man denken, ja, ist ja geil, der ist gar nicht oft gefahren, ja, über die vielen Jahre. Aber für den Akku ist es nämlich ungünstig, wenn er längere Zeit vollgeladen oder eben sogar entladen abgestellt wird. Da eben zum Beispiel durch Tiefenentladung ein Risiko besteht einer Akkuschädigung. Also das ist eben nicht so gut beim Elektroauto, wenn es nicht so viel bewegt wurde. Ja, und lohnt sich jetzt ein Ersatzakku oder soll man dann gleich ein neues Auto kaufen? Ja, es kann sich schon lohnen, ja, den Akku auszutauschen, denn es ist natürlich das stärkste Verschleißteil. Alles andere hält meistens sehr, sehr lange. Und im Prinzip haucht man ihm im Prinzip ja komplett neues Leben ein mit so einem Akku. Aber da spricht ein bisschen dagegen, dass sich natürlich auch bei den Elektroautos viel tut. Da passiert viel in der Entwicklung und deswegen haben neue Autos dann tendenziell ja auch neue Technologien. Ist also wirklich abhängig von Fall zu Fall. Was ist mein Fazit? Also es gibt keine klaren Zahlen, ja, wie oft solche Akkus wirklich kaputt gehen. Aber es tauchen auch wirklich, wir haben lange gesucht und rumgefragt, wenige Meldungen zu kaputten Akkus auf. Ältere Generationen haben natürlich mehr Probleme als neue Akkus. Die sind in der Regel wirklich sehr gut haltbar. Das Thema wird auch gerne aufgebauscht, da es natürlich ein perfektes Schreckensszenario ist, von Elektroauto-Gegnern zu sagen, ja, das ist ja ein Riesenproblem, wenn die Elektroautos kaputt gehen. Also es gibt natürlich da Fälle, aber die häufen sich nicht so sehr. Und deswegen würde ich mal sagen, erst mal ganz entspannt bleiben bei dem Thema. Ja, schreibt doch einfach mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Vielleicht auch eure Erfahrung, wenn ihr schon Elektroautofahrer seid. Unterhalb des Videos in die Kommentare. Mich würde vor allem interessieren, hat es vielleicht irgendjemanden von euch in eurer Umgebung schon mal wirklich erwischt mit dem Akku? Ja, dann bitte schreibt das rein, weil da sollten wir uns mal austauschen darüber. Wenn ja, wie war so die Erfahrung damit? Oder schreibt doch mal, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der jetzt zuschaut, wie weit ihr sozusagen, also wie viele Kilometer ihr schon problemlos mit eurem Akku gefahren seid. Das würde mich doch mal tierisch interessieren. Also schreibt in die Kommentare, da unten, ich gucke gleich mal unten rein. Freue ich mich auf euer Feedback und dann sehen wir uns bald hier schon wieder bei RobinTV Blau. Bis zum nächsten Mal.